Willkommen zurück in Westerfall. Tja, wir haben eins zu viel gekauft, das ist natürlich ärgerlich, aber egal. Schadensverstärker 3. Könnten wir uns natürlich jetzt herstellen. Ausdauer könnten wir uns auch herstellen. Brauchen wir aber natürlich überall diesen scheiß Gliedstoff. Das wäre vielleicht mal ganz gut. 17. Intelligenz, bestimmt nicht. Stärker Erhöhung. Oh, wir haben keinen Gliedstoff mehr. Hat sich also schon wieder erledigt, das Ganze. Vielen Dank, die Bäume sind jetzt in Sicherheit. Ich gehe fort, um nach dem perfekten dreifachen Regenbogen zu suchen. Wünscht mir Glück. Was ist mit unserer Belohnung? Ist das Wissen, dass die Bäume sicher sind, nicht gute Belohnung für euch? Schön, nimm das, materialistischer Bastard. Eine Batterie. Euer Ernst? Ehh, generv. So, und ich werde auch so lange unser neues Teammitglied nicht mitnehmen, bis wir unsere anderen beiden voll ausgestattet haben, was jetzt möglich ist. Beziehungsweise unser letztens. Nicht, dass wir auf die Ome kriegen, weil wir noch einen Anfänger dabei haben dann wieder. Und wir gehen jetzt nach da oben, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und versuchen uns dann in der Hauptquist. Wenn es blöde, wir können es töten, wir können es töten. Und wir gehen jetzt nach der Ome. Boah! La 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 laaa. Hallo! Hallo! So, das ist Summerbee, Schreinehundgruben, oder Hundegruben. Dort müssen wir diesen eben wichtigen VIP, bei dem wir uns eigentlich entschuldigen sollten, müssen wir dann noch retten. Mal gucken, ob das jetzt auch so einfach geht wie in dem Bunker. Ich glaube irgendwie nicht dran. Wobei Nebenquests teilweise schwieriger sind als die Hauptquest, weil die Nebenquest muss man ja nicht unbedingt machen. Wäre so meine Logik. Meine Hoffnung. Hallo Freunde. Oh, ihr könnt doch alle angreifen, Leute. Oh, ich hasse euch. So sehr. Oh, was ist denn jetzt los? Das kräftet mal alle an hier. Boah, ey. Boah, ey. Und der kriegt... ...hast immer noch nicht an. Ich krieg die Krise. Was war das denn? Stärke im Plantat 3, ich guck gleich mal wieder nach. Das war glaube ich unser Dreiermann. Dann kriegt er gleich wieder ein bisschen Stärke noch hin. Und am besten hier unten. Heilung und Stärke. Okay. Dann machen wir mal so Platz. Nein. Ich begelebt er prostu nach Ventokvé. Dann kommen wir mal die Ghonald. Dann kommen wir mal runter. Schau! Dann bin ich? Oh Gott. Was? statutory twin s tahmen. Dann muss man sie es nicht mehr als diegerhemen. Und da ist dafür. Jetzt aber nicht quota alle an die Versuche. Ich bin ja gespannt, wie tief es hier wieder nach unten geht. Hier waren wir auf jeden Fall schon mal wieder falsch, daher brauchen wir uns mit den Typen da oben nicht anlegen. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange, dann kaufe ich mich hin. und jetzt haben die uns die anderen und das klappt doch ich habe schon wieder angst habe dass wenn sie es bitten dass das wieder schief geht hatten aber schwein klebstoff ja auch nicht weg gehen wir mal hier lang schön an denen vorbei so 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 Scheiß Lowe Maus. Ich hoffe ich hab's jetzt mal endlich gelöst gekriegt. Lauf doch nicht weg. Die drei Leute sind ganz schön doof. Wo ist denn hier der nächste Fahrstuhl? Mein Gott, wir hängen hier schon ewig auf dieser Ebene ab. Das war's für dich. Das ist ein Schalter, das ist ein Schalter. Langsam müsste unser Inventar ja auch schon wieder schließen. Vor Vollheit. Da ist auch wieder ein Türschalter. Ich habe noch nicht mal die Tür dazu gefunden. Die Tür öffnet. Hey, toll. Wenn ich wüsste, wo. Verdammt. Untertitelung des ZDF, 2020 Also hier ist die Tür vermutlich nicht. Die Tür vermutlich nicht. Die Tür vermutlich nicht. Hm, da dürfte sie vermutlich auch nicht sein. Fragen wir den mal, ob er was weiß. Scheinbar weiß er auch nichts. Und an dieser Stelle mache ich dann wieder ein Folgenpröschchen. Spitze bedanke mich. Bis dann. Hm.